Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den technischen Fachwirt, die technische Fachwirtin IHK und ich möchte in diesem Video einfach mal etwas sagen zur steuerlichen, also es geht um die steuerliche Absetzbarkeit von allen Investitionen oder inwieweit, das ist die Frage hier in diesem Video, von allen Investitionen wie Bücher, Seminare und so weiter für diesen Abschluss. Also auf dem Weg zu diesem Abschluss hat man ja nun einige Aufwendungen und wie ist es mit der steuerlichen Absetzbarkeit, das ist das Thema dieses Videos. Wenn Sie ein Seminar besuchen, um sich vorbereiten zu lassen auf diesen Abschluss, dann ist absetzbar in voller Höhe die Seminargebühr. In voller Höhe absetzbar, aber nicht nur das, sondern auch die Fahrtkosten zum Seminar sind mit einer Pauschale absetzbar. Diese Kilometerpauschale, die Sie kennen, wenn Sie mit dem Auto fahren oder eben, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, dann ist die Fahrkarte absetzbar. Zusätzlich sind absetzbar Arbeitsmittel und ich benutze bewusst diesen Oberbegriff, denn viele haben da vielleicht nicht die umfassendste Vorstellung, was das alles sein kann. Viele denken nur an die Bücher. Natürlich sind es die Bücher, die Sie absetzen können in voller Höhe, aber auch Stifte, aber auch Textmarker. Auch, was weiß ich, wenn Sie zur Visualisierung bestimmte runde Pappschilder benutzen für die Pinnwand, können Sie auch das absetzen, also und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist, viele Finanzämter erkennen das an, bis 100 Euro ohne Quittung. Ja, bis 100 Euro ohne Quittung, also geben Sie an, was weiß ich, 89,30 Euro für Arbeitsmittel, Bücher, Stifte, Textmarker, Visualisierung an der Pinnwand und so weiter und so weiter. Dann ist absetzbar, um nochmal hier auf das Seminar zurückzukommen, natürlich die Übernachtung oder die Übernachtungen, beziehungsweise das, was Sie an Geld aufwenden dafür, um irgendwo abseits von Ihrem Zuhause zu schlafen, dann können Sie das, was Sie bezahlen, an das Hotel absetzen und zwar komplett. Und Sie dürfen auch da ein teures Hotel buchen, solange der Bezug klar ist. Der Bezug muss klar sein zu diesem Seminar. Wenn Sie das mit privaten Dingen kombinieren, wird es kritisch. Ja, dann wird es kritisch mit der Anerkennung dieser Absetzerei. Aber wenn der Bezug klar ist, Sie sind in eine fremde Stadt gefahren, Sie haben sich in ein gutes Hotel eingebucht und haben dort eine Woche verbracht, um das Seminar zu besuchen, dann können Sie das komplett absetzen. Und besonders interessant, und ich gehe mal auf eine neue Seite, ist die Lerngruppe, die Sie vielleicht bilden. Es ist zu empfehlen, eine solche Lerngruppe zu bilden, besonders in der Phase der Prüfungsvorbereitung. Und bezogen auf diese Lerngruppe setzen Sie ab die Fahrtkosten und Sie achten darauf, dass Sie sich das sorgfältig gegenseitig bescheinigen. Das sind so die wesentlichen Punkte. Und da das sehr viele Informationen jetzt waren, habe ich für Sie ein PDF vorbereitet. Das ist eine Checkliste, wo Sie auch noch mal Zahlenbeispiele sehen, was das bringen kann, diese Absetzerei. Das ist nämlich durchaus signifikant, was Sie dort sparen können. Und vielleicht noch ein letzter Tipp zum Abschluss. Lassen Sie sich doch einen Freibetrag eintragen auf Ihrer Lohnsteuerkarte. Wenn Sie für ein Seminar 3000 Euro bezahlen, plus Prüfungsgebühr, übrigens, ja, Prüfungsgebühr, hätte ich fast vergessen, Prüfungsgebühr, komplett absetzbar natürlich, steht in unmittelbarem Bezug zu diesem Abschluss. Also lassen Sie sich einen Freibetrag eintragen auf der Lohnsteuerkarte und Sie haben sofort mehr Liquidität. Weil Sie einen höheren Freibetrag haben, bekommen Sie mehr netto ausgezahlt, ja, wenn Sie in unselbstständiger Beschäftigung sind, wovon ich jetzt mal hier ausgehe. Das alles habe ich für Sie zusammengefasst in einer Checkliste. Und alles, was Sie tun müssen, um an diese Checkliste zu kommen, ist unter diesem Video auf den Link zu klicken. Bei YouTube ist der immer sauber, hier ganz links. Nicht auf allen Plattformen ist das so, wo es diese Videos hier von mir gibt. Sie klicken auf den Link und dann tragen Sie bitte Ihre E-Mail ein und dann bekommen Sie kostenlos und unverbindlich dieses PDF, das sind mehrere Seiten, das ist eine detaillierte Ausarbeitung über die steuerliche Absetzbarkeit, bekommen Sie zugeschickt mit Zahlenbeispielen. Alles Gute für Sie, Marius Ebert. Vielen Dank.